Ciao! Ciao! Hallo! Lui ist zuvor, wie ich mich erinnere. 17 Minuten. Ja. Das ist die größte der beiden. Was uns Angst macht, ist das Meer. Das Aramier. Wir haben viele Passionen. Piano, Gitarre, Chanté. Das ist das Pado. Ich würde nicht investieren in Sachen, die ich das Gefühl habe, sie vertreten nicht meine Werte. Ich würde nicht nur auf die Ökonomische Seite achten, sondern in den Projekten. Ich freue mich mehr auf die finanzielle Seite, also auf die Märkte. Der Durabilität ist interessant, um einen Impact zu haben. Und auch alles, was medisch ist. Das interessiert dich nicht? Nein. Das interessiert mich nicht. Unsere Leidenschaft ist Tanzen. Bis zum nächsten Mal.